Oh mein Gott, es ist geschlüpft! Es ist geschlüpft, oh! Gib dem was zu futtern, nicht Hallo hier! Das soll nicht sterben! Schon drin. Okay, gut. Der kann aber nur 5 auf einmal, das heißt, die nicht die anderen übernehmen. Und immer noch 5? Ja. Oh, oh, oh. Schmeiß euch Bären hin. Ja, hier, Krieche, Mann und Sohn, hast du Bären für die? Ich glaube, das ist für den jetzt zu kalt, oder nicht? Oh, oh. Guck auf jemand anders, nimm du das äußere Ei, was auf dir als nächstes ist. Er ist weg. Oh nein, ausgerinnert jetzt. Oh mein Gott. Wie geht es dem, wie geht es dem, wie geht es dem? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh ist das süß, ist das süß. Aber er bewegt sich noch, warum hat er denn ein T.S. im Timot? Interessant. Oh Gott, oh Gott. Herz singt. Irgendwas stimmt nicht. Machen wir den Ofen wieder an. Nee. Jetzt geht's wieder hoch. Nee, doch nicht. Doch? Ja? Nein? Nein, ich weiß es nicht. Oh Gott, oh Gott. Too hot. Dann nimm die das Ei weg und geh ins andere Ende. So, 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 reicht, reicht, ne? So, so. Wo ist das Ei, wo ist das Ei? Drop. Kleines Ei. Kleines Ei, komm, 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 komm. Er hat den Ofen wieder ausgemacht. Oh, man kann auch nicht erkennen. Oh, ja, ich will kein Bratei oder so, ich will kein Bratei oder so, ich will nicht mehr haben. Wie geht's dem kleinen Vögelchen denn? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht, ich hoffe, aber es wird besser. Nee, der verliert Leben. Er kriegt wieder Leben. Ja, das pendelt die ganze Zeit hoch und runter. Oh, okay, okay, okay. Er hat das Ei genommen und geht jetzt auch weg. Oh, diese Anzeige, das macht mich nur verrückt. Ich hätte auch gerne ein Fadenkreuz oder sowas, wo ich dann... Da war es doch gerade, da war es gerade. Okay, scheint weiter zu gehen. Oh. Oh. Einfach immer nur wieder reinwerfen, ne? Also, rüberziehen. Ich mache auch Remote Use Item, damit Food hochgeht, weil ich glaube, dann... Ich will Health auch steigen, wenn Food hochgeht. Okay. Food haben die aus irgendeinem Grund schon richtig viel. Also, also ziehst du mit dem Cursor einfach das rein, drückst auf fressen, 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 dann ziehst du wieder rein, wieder rein, wieder rein, wieder rein und musst es immer auf... Okay, oh. Okay. Oh, ich hoffe, er hat genug Bären da mit seinem Ei. Das hat er in der Hand oder das sieht zumindest so aus. Ich darf nicht meins aus den Augen verlieren. Aber es bringt auch nichts. Das werde ich gerade mit dem rüberziehen. Heißt? Ne. Ja, Food geht trotzdem nicht hoch. Er frisst schon von alleine und dann hält er sich so um die Füße. Oh, das ist so spannend. Das ist so spannend. Oh, oh, oh. Ich habe keine Ahnung. Zu heiß. Ja, 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 ja. Eis, Eis, Baby. Oh, er hat seines dort noch ein bisschen länger als meins anscheinend. Mein Gott. Ich kriege meins schon wieder nicht angezeigt. Ah, er geht jetzt weiter weg damit. Aha. Ne, ich bin zu nervös. Ich lasse es hier in der Nähe. Boah, ey, die scheiß Anzeige, ey. Das ist... Noch weniger. Oh, fast weg. Fast. Ich sehe keinen Strich mehr. Es kann jede Sekunde schlüpfen. Da ist es. Ja, schnell Futter reinziehen und dann... Nein, cancel. Ich will... Ich will... Du musst einen Namen eingeben. Schnell irgendwas. Einfach Kasten drücken und Enter. Ich kann es ihm nicht doch da. Oh, puh, er ist drin. Oh, Baby-Dodo-Dodo-Level-Level-Zwei. Was, Level-Zwei nur? Ich kann immer nur vier reintun. Ich auch. No. Der Balle geht hellselang auch ab und zu mal über zehn. Bei mir. Futtert er bei mir. Oh. Bis 500 kann ich das schrauben. Ich versuch das mal. Nee, geht nicht. Das ist. Dann ballerst du nur die ganzen Bären. Ach so, okay. Ihr frisst schon, wenn er was frisst und will. Okay, cool, cool. Ich bin gespannt, ob es seins überlebt. Gibt mir schon gleich, wenn ich Mama. Oh, oh. Food geht bei dem Stag runter. Ich weiß nicht, kann das jetzt Stunden gehen? Ich fürchte schon. Oh, aber der ist so süß. Meiner wirkt ein bisschen weginteressiert, ich glaube, der hat schon Narko-Bären gefressen. Kann natürlich wieder auch sein, ja. Okay, ich hoffe zumindest, dass die Bären reichen, sonst müssen wir gleich alles hin einstopfen, falls einer gestorben ist, dann... Kann ich noch welche da hinschmeißen? Noch habe ich über 200. Ah, jetzt kann ich schon 5 reinschmeißen. Ja, habe ich auch gerade gesehen bei mir, aber nicht immer. Bei mir hat sich das Gewicht jetzt erhöht von 0,5 auf 0,57. Also das Tagegewicht, das er nehmen kann. Das bedeutet, er ist ein bisschen stärker geworden, würde ich sagen. Genau. Oh, das ist doch schon mal ein gutes Zeichen. Oh, das ist schon mal 0,6. Oh, das ist doch ein sehr gutes Zeichen. Oh, das ist doch. Oh. Ich bin froh, ich bin froh. Danke. Oh, das ist doch schön. Oh, ich bin froh. Ich bin froh, ich bin froh, ich bin froh. Nein, dann geht das irgendwann entspannt, dann kannst du ganz viel reinkloppen und dann ist gut. Ich glaub, der stirbt, wenn ich ihm verdorbenes Fleisch anbiete, oder? Vermutlich. Ich glaub, ja, da sieht das noch nicht mal dann aus. Aber ich seh grad in dem ganzen Menü und so, ne, Region, Zone, Hitze, alles mögliche, Babydodo, Level 2, Armor und sowas, aber da steht nirgends wo, ob weiblich oder männlich. Ja, das erfahren wir vielleicht auch erst, wenn er erwachsen ist. Ah, okay. Hab ich zumindest so... ...verdacht. Oh doch, steht da, weil immer deiner ist... ...weiblich. Cool. Noch ne lege Henne. Ja. Für die Eierdiebe halt. Wollen wir ganz viele Eier, ne? Ei, 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 ei. Die Frage ist, wie kriegen wir die noch ins Gehege rein? Hm. Das ist eine gute Frage, verdammt. Ich hab keine Ahnung. Hm... Jaaaa. Ich hab keine Ahnung. Das kann jetzt wirklich noch ein bisschen dauern. Wer das Ende sehen will und den Mittelteil nicht, spult er einfach vor. So süß. Ich habe auch so einen weiß-rosa- oder pinkfarbenen hier. Das ist ja auch ganz cool. Aber dass der, schätze ich, automatisch nach unten verlegt ist absolut geil. Also der ist nicht mehr da, wo er eigentlich ist. Weil sonst ist er ja links mittig und jetzt ist er unten mittig. Und verdeckt nichts. Nichts Wichtiges zumindest hier. Also finde ich sehr geil. Wie viel kann denn deiner jetzt schon tragen? Er hat auf 0,8 aufgestiegen. Da ist 8 Bären. Oh ja, das wäre so schön. Doppelt so viel wie am Anfang. Ja. Ja. Ja, fast, ne? Ne, genau. Du hast auch nur 4 Bären genommen. Ja, aber 0,5. Hm. 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 Oh, jetzt steht hier 0,50 statt 0,5. Das heißt, meine fängt jetzt auch an, größer zu werden. Sehr geil. 1,51. Ah, ist das herrlich. Ah, ist das schön. Er fängt an zu wachsen. Ja, langsam, aber... Aber sicher. Das ist nicht gewählt. Ja. Okay, ich hoffe aber ehrlich gesagt, dass die Beeren reichen, weil... Aber wir wissen dann, wie viel dann ungefähr mit wir rechnen können, sollten. Ja. 0,57. Vielleicht kann ich auch 6 reinmachen. 0,9. Na, ich bin ja mal gespannt, wenn er dann selbstständig hier genug zu futtern hat oder so oder wie auch immer, dass er dann... Ja, sag mal, wenn wir die jetzt rausbringen würden, aber ich glaube nicht, dass wir das können... Würden die am Krogs das sich selber holen, so... Das ist jetzt... Äh, nee, weil wir haben ja keinen frei zugänglichen Krog. Ja, ich bin ja mal gespannt, dass er dann mit eingemarrt hat. Verdammt. Da war ein Haken. Hm. 0,61 0,62 Was geht eigentlich mit der Geschwindigkeit jetzt? Ja, wird jetzt langsam entspannter Machst du das? Ich hab mich nicht bewegt Ich bin gerade aus dem Menü von dem Tierchen raus und dann kam die Meldung Und das bei dir und bei mir nicht? Ach guck dir das mal an Ich hab einen ganz 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 schmalen Streifen links Oh er kommt mit dem Baby zu uns Oh ja Einen ganz schmalen Streifen aber Ein paar Wochen dauern bis das fertig ist Oh Gott ne Guck mal das süße Ist er jetzt auch im Haus Oh oh Ich kam gerade nicht mehr an meinen ran Jetzt aber wieder Also es kann ja nun wirklich sehr lange dauern Jetzt frage ich mich Ja 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 Ich könnte versuchen die beiden Bei hier drinnen vielleicht sogar Und was brauchst du denn für den Trog? Ähm Ähm Ja Ja Du kannst ja mal vor dem Ähm 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 Ich hab einen Hänger Wir warten noch bis ich äh So ein bisschen mehr bei mir mit reinschmeißen kann Würde ich sagen Ja Und dann können wir das ähm Mal gucken Ich hab hier Ja Drei Steine Drei Wood nur Drinnen bei mir selbst Aber du kannst ja vorher bei der Baustelle bei der Großen gucken Ja Wie das denn bei der aussieht Wie das denn bei der aussieht Ich geh jetzt schon elf rein Ich flitz mal schnell Vielleicht fliege ich ja schon Da gucken was los ist Oh der versucht zu dir mitzukommen Ach Mist Der rennt jetzt hier gegen die Wand glaube ich Ja Den krieg ich jetzt nicht Ey Kleena bleib mal stehen So ich konnte ihm was rein werfen Aber du solltest da nicht wieder kommen Wo ist er denn? Da kommt er schon Kleine B wieder Oh Da kommen wir ein schritt näher Ist so süß oder? Ach so süß 0,8 hab ich jetzt So süß Okay ich werde eine Aufnahmepause jetzt machen Ich denke das geht schon lang genug Ich werde euch zeigen wenn sie kurz vor dem nächsten Schub bestehen Wir haben kein Metall Macht's gut Ich bin nicht Wie du gehört Obtäkrig Ich werde euch die Ich werde euch ein